Das war natürlich überhaupt keine Stabilität. Und Allah war eine stabilisierte Vorrat, der noch so ein bisschen der Motorrad. Ein völlig anderer Schwerpunkt. Und der Soldat kehrt hier wirklich auf den Hinterdach, mitgebracht, dass er jetzt zwar auch nicht ist, das einfachste von der Welt ist, aber das ist wirklich, wie gesagt, jahrelang, jahrelang ist wenig, jeden Tag, zwei, drei Stunden, sitzen die Jungs dabei. Sind die Jungs dabei? Sind die Jungs nachlos? Woh Woh Die Jungs Auf Woh Das war ja khi das一直 Has Vielen Dank. Vielen Dank.